Die Dinosaurier werden immer trauriger. Lonzo, Stand Nummer 3! Er rief nach seinem Boss, mein Gott, was mach ich bloß? Die Bieste sind für meinen Kutter leider viel zu groß. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Die armen Saurier, die armen Saurier. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Denn die Saurier dürfen nicht an Bord. Unterrad war teuer, denn das eine Ungeheuer fiel zu weinen an, weil es nicht schwimmen kann. Doch da kam ihm die Idee, wenn wir als Weinbergschnecken gehen, gehen wir in Noas Kahn und dürfen doch mitfahren. Sie machten sich ganz schmal und zogen ihre Ohren ein und passten immer noch nicht in die Arche Noah rein. Mein Gott, was mach ich bloß? Rief Noah und wo los? Die Bieste sind für meinen Kutter leider viel zu groß. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Die armen Saurier, die armen Saurier. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Denn die Saurier dürfen nicht an Bord. Noah war schon meilenweit mit dem Kahn in Sicherheit. Und der Regen fiel auf das Ureptil. Die beiden Saurier standen da wie ein begossenes Pudelpaar. Denn Saurier fürchten sich, weil Regen fürchterlich. Die Dinosaurier sind ausgestorben, das weiß jedes Kind. Nun weiß man auch, warum die Saurier ausgestorben sind. Wer durchs Museum geht und ihre Sprache versteht, der kann den Saurier fragen, der da abgemagert steht. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Die armen Saurier, die armen Saurier. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Denn die Saurier dürfen nicht an Bord fiesch. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Die armen Saurier werden immer trauriger.